Ich bin Vanessa, ich bin 26 Jahre alt und ich studiere hier Tourismusmanagement. Ich bin Anita, bin 23 Jahre alt und studiere auch Tourismusmanagement. Und wir sind der derzeitige Vorstand vom Hochschulkino Film Up hier an der Hochschule und machen Kino von Studenten für Studenten. Wir mögen besonders Filme, haben Interesse in jederlei Hinsicht und arbeiten gerne mit den anderen zusammen und möchten den Studenten noch abseits der Vorlesung ein Programm für den Abend bieten. Unser Highlight im Wintersemester ist die Feuerzangenbowle. Die veranstalten wir in Kooperation mit dem Hit. Wir zeigen den Film und der Hit veranstaltet eine Party. Und im Sommersemester gibt es das Sommerkino. Das läuft nach dem gleichen Prinzip ab. Außerdem haben wir auch noch Public Viewings im Rahmen der EMs und WMs im Fußball hier an der Hochschule. Wir unterstützen auch gerne die Hochschule bei Veranstaltungen, wie zum Beispiel beim Nachhaltigkeitstag oder bei Fit4Orb in Study. Also was wichtig ist für die Zukunft auf jeden Fall, ist, dass man organisieren kann, dass man auch gut ein guter Teamplayer ist und das soziale Engagement ist einfach wichtig, dass man mit anderen Leuten gut in Kontakt treten kann. Man erreicht uns natürlich persönlich zu jeder Kinovorstellung, jeden Dienstag und Donnerstag oder Freitag, jede zweite Woche. Auf Facebook sind wir vertreten unter hochschulkinofilm.app oder per E-Mail an hochschulkino.hs-harz.de .